Hallo und herzlich willkommen zurück. Die Vikami macht irgendwelche komische Sachen bei 7daystoday mit Vikami. Hallo. Hi. Unser Rontor und Synapsen-Klatscher sagt mal fix Hallo im Chat. Oh, Gottes Wille. Wie schreib ich den Chat? Im Chat vier Komma. Obwohl da kein Komma hinkommt, das ist mir bewusst, aber das ist feigisch. Für Youtube. Oh, ich hab 5 Rohrbomben. Schön. Die kannst du mir geben. Mit den Dingern kannst du gut umgehen. Hallo im Chat. Sehr schön. Haben sie beide Hallo gesagt? Finde ich toll, dass das super funktioniert. Einwandfrei. Bitte schön. Sehr schön. Die werde ich mir nämlich gleich mal ausrüsten. Die Frames werde ich mal wegnehmen. Dort das Gewehr hin. Wie sieht dein Gewehr aus? Wolltest du das reparieren? Nein. Und wenn ich habe 12 Reparaturkits. Ah ok. Wo waren jetzt die Rohrbomben für ein Stück? Die sind dort da. Stein habe ich eins. Sand habe ich eins. Sand brauche ich nicht. Ich habe sogar 8 Minen habe ich. Die können wir da noch irgendwo hinlegen. Oh, die hast du ja seit Anfang an, oder? Ja. So, ich würde gerne noch ein paar Zombies-Matsch machen. Am besten gleich hier in der Kirche. Oh. 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 Das ist nicht so, was? Wo ist denn der? Ach, da kommt er. Bist du hingefallen? So, Airdrop. So, den Airdrop. Welch Punkt speichern. Trollopp. Drei. Wenn du reinkommst, links, gibt es zwei Bücher. Sehr schön. Guten Morgen. Ja, sehr schön. Ich habe genauso mehr. Hinter dir. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja, ja. Da ist er irgendwie am Stuhl oder an der Bank hängen. Ich kann wieder nicht treffen mit dem Ding. Ah, an der Tür klopft auch einer. Ich kann jetzt klopfen dagegen. So, gleich noch ein bisschen Loot tun, Loot tun, Loot tun. Was noch vorhören ist. Kommt man nicht hier irgendwie hoch? Weil es scheint mir so. Da muss ich mal den Hammer wegnämmen. Die Blocks reinsetzen. Das ist nicht hier. Das ist eins weiter. Also irgendwo hier. Ach so, runter ist gestorben. Ach, da runter ist. Hm, der Arme. Also hier oben ist natürlich auch geil, ne? Aber das ist ja alles Holz hier. Die Kirsche, das ist Quatsch. Die machen das ganz schön kaputt. Ja. Ne, also hier oben gibt es tatsächlich nichts mehr. Ja, hier oben gibt es nichts mehr. Ich habe da gerade was gehört. Also ich bin rausgelaufen. Ne, aber nicht von der Richtung. Oder das waren die Holzbretter, die von oben runtergefallen sind. Das Ganze. So. Alle Trops sind noch da. Also irgendwas kann man noch mitnehmen. Dann möchten wir uns irgendwo verbarrikadieren. Ach so, warte mal. Wollen wir nur bis Tag 8, 12 Uhr spielen oder weiter? Ein Schraubenschuss noch ein. Zwei Töpf. Vier Töpfe. Ich habe keine Pistole. Keine Pistole. Ach, das ist ja doof. So, ich habe jetzt so 104. Egal, ist auch der einer. Biki, was hast denn du? Ja, eigentlich würde ich nur bis Tag 8, 12 Uhr. Oder Tag 8. Nein, bis Tag 8, 12 Uhr. Ein bisschen geht noch. Schreibt sie nach, ob es dann gerade schon. Ja, dann würde ich nämlich auf meinen Server noch. Soronto? Ja, Soronto will ja sowieso dann auch. Okay, dann schreibe ich das mal so. Okay. Äh. Viki hat danach keine Zeit mehr. Also, nur bis Tag 8. Ne, 89. 12 Uhr. 12 Uhr. Kann man hier im Briefkasten, zwei Bücher. Ah. In diesem Briefkasten ist auch noch ein. Ja, Zombie. Nehmt das Buch, Mensch. Ja. Mach ich. Ich komme. Ich habe es dir mitgebracht. Bitte. Ruhet deine. Ach hier. Ja, hau mir noch in sie mit dem Übel zu. Ähm. Na, wir können auch Portraitors mitnehmen hier. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ist ein bisschen Zeit lang. Hallo. Guten Morgen. Oh Gott, das war noch. Ja, wir sind gleich sonst wo hinten geflogen. So. Kennzombie, kennzombie, kennzombie. Da ist irgendwo ein Zombie erwacht. Und keine Pistole. Keine einzige. Hier habe ich für dich was. Und das hier. Ich schmeiße jetzt bloß was weg. Das, das, das. So, da können wir noch einen machen. Wer belästigt mich hier. Uns, besser gesagt. Wir wollten gerade, ne? Zu zweit alleine sein. Oh, hier ist ein Hund. Oh, hier ist ein Hund. Gold und Zuber hatte ich. Na, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sollten losgehen. Folg mir. Schnell. Schnell, 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 schnell. Du, deine Frame-Blocks da mal ausrüsten. So, ist da jemand? Der Baum ist schon ein bisschen nervisch. Nein! Das war ja klar. Zwei Stunden gebrochenen Fuß. Ja, ich habe eine Schiene. Mach ich gleich drum. Das bedeutet jetzt aber beim Whole Frame. Geht die Lebensenergie runter. Toll. Das habe ich ja wieder super gemacht. Ja, das muss ich noch mal umhören. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Event. So. Oh, hier ist das Glas. Das ist gut. Alles kaputt machen? Nee, bloß drumherum. Rest stürzt dann ein. Ja. So. Verbandskosten. Wie nett. Jetzt essen erst mal ohne Ende. Weil man spaßeshalber trotzdem jetzt was kochen? Ja, natürlich. So. Und zwar Okay, gut. Außer. Alles kaputt machen. Hast du ocas? Ja, das ist gut. Ist das gut. Oder Poli? Weil das Vordach ist so komisch. Wir müssen bloß auf die Vögel achten. Auch es ruckelt ganz schön bei mir. Ich habe hier sehr wenig FPS. So. Jetzt laufen sie schon. Ne, ich weiter ein Stückchen was auflassen wegen Dynamitern. Ach so. Ja. Bist du dann runterfällst? Na ja, dann ist es so. Oh Gott. Magst du den gelben Sack da unten holen? Nee. Hättest du gerne. Nein. Ja. 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 Da ist ein Gap aus, Sack Vicky. Magst du den holen? Nee. Das sind jetzt schon drei, ja. 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 Da ist ein Gap aus, Sack Vicky. Magst du den holen? Nee. Ich hoffe du hast deine Frames in der Quickslot-Leiste. Ja hab ich. Komm mal hoch. Ich habe ja keine Zombies mehr in der Sicht. Das ist ja abgefahren. Warum? Wollen wir auf Wanderschaft gehen Vigi? Wollen wir es riskieren? Ähm, ja aber warte mal kurz. Gebe ich dir erstmal ein paar Sachen. Ein paar Sachen? Ja hier was du lest. Das. Und an so. Das ausreichend kommt wieder Troll. Dann hast du eine Steinachse. Gefüßterter Brustpanzer, da will ich Hebel zu den haben. Ach ne, den kannst du dir drum herum machen. Ja, ich habe schon einen. Achso. So. Gold. Okay. Ich habe keine Steine mehr. Hast du nur einen Stein? Klar. Hier. Danke. Achso. Das Essen müsst ihr mal mitnehmen. Oh ja. Was ist? Äh. Hier. 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 Ich bin überladen. Gibt es doch nicht. Gut. So viel Papier brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt nimmt die hier alle Blöcke weg. Denk an mich. Ich muss sie auch runter. Ey, ich hab nur die Hälfte mitgenommen. Ja, ich muss aber auch runter. Bist du doch. Unfassbar. Das ist typisch Frau. Alles für mich. Die meinten, die hätten viele Zombies. Wir hatten nicht so viele. Gott. Das ist tatsächlich eine Frage, wo die sind. Jetzt könnten die das ja eigentlich offenlegen. Nein, ne, ist ja noch bis 12 Uhr. Aber die sind nicht hier, weil sonst hätten wir Schiss gehört. Ja. Das ist ein Absenblatscher, der hat eine Donnerbüchse, das weiß ich. Ja, und du warst der einzige, der geschossen. Ja. Die Donnerbüchse, die hört man in einem Radius von 150 Metern. Ich hab so das Gefühl, dass die bei der Waffenfabrik sind. Da, wo wir am Anfang gewesen sind. Ja. Ich seh hier keinen einzigen Zombie mehr. Ja. Die haben uns die Zombies geklaut. Ja. Ja, weil die zu schwach waren. Ja. Ja, obwohl wir müssten eigentlich die ganzen Zombies abbekommen, weil wir im Spielschreit ziemlich hoch sind. Wie steht's denn eigentlich? Natürlich. Ich bin jetzt 20. Mhm. Dann ist die haben auch eine Fabrik. Also, wär das Event, hätten wir gewonnen. Ja. 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 Ja, das ist ein Zombie. Ich gehe fest. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, aber wären die hier in der Nähe, würden die ja schon hören, wenn die wirklich fehlt. Hm, im Schnee, ist im Norden, in der Wüste, da ist ein Zombie, doch in der Wüste könnte er hinhauen. Aber wenn die ein Jagdgewehr haben, oder Toronto hat sich ein Jagdgewehr gekauft, das heißt ja, er wollte eigentlich oben dann runterschieben. Hm, naja, aber mit der Donnerpüchse ist die Situation schon wieder anders, man weiß ja nicht, ob die schon wieder ein Jagdgewehr haben. Gut, mit dem Spielstadion, was die haben, und ich meine, wir haben ja selber keine Waffen. Ja. Ist aber auch so jetzt. Ach du Scheiße, ich muss hier mal die DPI-Wert mal runterstellen hier. Ich kann mich auch besorzieren. Haha, Kopfschuss. Ach so, das geht beim Ziehen hier, auch gut. Was ist denn das war ein Mist? Synapsenplatz. Hm. Äh. Also mit dem Fernrohr zu zielen und zu schießen, das ist ja echt anstrengend. Ich hör nen Hund. So, ich hab noch nen Löffel für uns gemacht. Schau das mal hier im Präzisionsschutz. Oh, jetzt ist meine Masse wieder so langsam. Ich hab so viele Skillpunkte hier. Man kann's ja mal so machen. Ich hab nochmal ne Einladung geschickt. Aber ob sie die annehmen? Das ist ne andere Frage. Was für ne Einladung? Nur Verbindete? Äh, ja nur Verbindete. Ja, ich mein wir haben 12 Uhr. So, Synapsenplatzscher hat sie angenommen. Ja. Wir sind schon richtig nur auf der falschen Seite. Wir müssen da lang. Da ist ein Piepmatz. In der Luft. Wo der Airdrop runterkommt, dort hinten in Sinse. So. Ich mach mal fix ein Scanshot. Wupp. Hat er gemacht. Wollen wir die noch ausschalten, Vicky? Na klar. Na klar. Siehst du die auch auf dem Kompass? Ne, ne? Ich hab den zwar auch ne Einladung. Ah doch, auf dem Kompass, klar. Nur auf dem Kompass. So, wie weit sind wir dann entfernt noch? Oh. Das dauert. Wollen wir ein Auto nehmen? Nee. Bis dahin laufen? Ach komm. 400 Meter, ich bitte. Vor allem die sind getrennt. Ja. Und der eine, da sind wir auf Flut gegangen. Und der andere auf Zombie-Case. Das ist ein ziemlich großer Fehler. Achtung, da kommt ein Coyote. Der rennt weg. Ja, aber ich hab schon einen Zug getroffen hab. Das ist bei Tieren, ist das so. Wenn du dir zu viel Schaden machst, dann rennen die weg. Bis die sich erholt haben, dann kommen die wieder. Über den Hund ist auch ein Geier. Mhm. Der Geier greift dich an. Ja. Ja doch, ne? Jetzt macht das nicht mehr. Ach ja. Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Tja, wo bleibt ihr denn? Sag mal so, ich werd von Tag zu Tag besser. Deswegen kotzt es mich ja auch wegen dem Turnier. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Ich fand's schade, Vicky. Was machst du? Das war ein Zombie. Oh. Okay, warte mal. Der eine, der rechts ist... Das ist bestimmt... Auf der Knapsenplatscher. Auf der Knapsenplatscher. Den krieg ich... Ist dir sicher? Ja, ja. Der grüne Synapsenplatscher. Siehst du auf der Mini-Karte? Ey, wenn du die Karte öffnest. Dann siehst du über das ist... Oh, ihr ruckelt es im Westland ey. Ich hasse halt das Gebiet ungemein. Ich weiß sogar, wo der sein könnte. Der wird dort in dem Haus unsehen. Der wird dort in dem Haus unsehen. Die haben sie jetzt miteinander gegeneinander gespielt oder was? Ne, der eine ist immer auf Fluten gegangen und der andere immer auf Kill. Ne, das wird nicht das Haus sein, das wird das Haus dahinter sein. Hast du geschossen? Nein. Nein. Dann ist das der... Dann ist das der... Der blaue hier. Der bei mir hier angezeigt wird. Der nähertisch. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Ah. Weil wir Verbündete sind. Oh, Synapsen-Klatscher sieht ja cool aus. Mit seinem grünen Jäckchen. Ich schieb die Schuhe in den gleichen Discord, oder? Jupp, ich schieb dich mal mit. Na ihr Säcke? Na du Säcke? Wir können uns nicht mehr töten, wir sind Verbündete. Sonst hätte ich uns Ronto schon längst auf dem Weg her erschossen. Ja, war toll, hat Spaß gemacht mit euch. Ja, fand ich auch. Die mit unseren Donnerbüchsen, ne haben wir nicht. Eine Donnerbüchse der Stufe 5? Vier. Zwei. Aber wir haben keine Pistole gefunden. Ne, ich auch nicht. Aber wir auch nicht. Selbst der Blutmond, wie viele Zombies hatten wir etwa? Vielleicht 16 höchstens? Ja. Keine Ahnung, hab ich nie mitgezählt. Ne, aber es waren mehr als 16. Aber ich war schon mal stolz drauf, dass ich nicht gestorben bin. Ne, da stand ja bloß der Erbsenklatsch, du hast gestorben. Aber nicht zum Blutmond. Ne, danach. Danach? Gleich danach. Dann war's der Geier. Beim Geier. Ach ja, ja, stimmt. Da konnte ich mir gerade noch so einen Schlaubsack setzen. Ja. 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 Wir sind nicht gestorben. Nein, wir sind überhaupt nicht gestorben. Backdolten Keks. Schon im Backofen drin. Okay. Ah ja, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, oder? Ey, warte mal. Selbstmord, oder was? Ach so, nein. Ja, ihr kommt mal bitte alle zu mir. Genau, so wie immer. Warte mal, ich hab gerade einen Hund hier zu bearbeiten. Oh. Oder er nicht. Ja, ich hab's mir gerade so gedacht. Äh, mal bitte Feuer einstellen und, äh. So wie immer, einen Abschluss machen. Und mal die, bei der Verbündete einfach mal wieder auf Entfernen klicken. Äh, Vicky. Warte. Da ist ein Geier, der will uns töten. Verletze ich dich, wenn ich dich haue? Hau mal. Ne. Ne, wir sind ja auch noch in einer... Stimmt. Aber es macht ja eigentlich nichts, wenn du das jetzt umstellst. Doch, jetzt so. Autsch. Oh, Gottes Wille. Das tut mir leid. Du hast erste Hilfekasten. Knüppel. Knüppel. So, Dynamit. Synapsentlatscher, wo bleibst du denn? Na ja, bleib doch mal ganz unruhig. Alter, mal ins Kindee zurück. Ach, wie lange dauert denn das? Mensch, Herrgott nochmal. Was kann ich denn dafür, wenn ihr so weit weg wohnt? Der war gut, ne? Ja. Da ist irgendwas mit mir. Da haben wir eine Schrotze. Also ist ein Mann. Stufe 6. Gecheatet. Ja. Wo rennst denn du hin? Ah ne, da ist der Wolf. Andere Richtung. Wir müssen uns alle in eine Reihe stellen. So, jetzt machen wir mal hier alle hier so ein bisschen Gruppen kuscheln. So. Danke fürs mitmachen, Leute. Jo. Oh, alle kaputt. Hat Spaß gemacht. War super lustig. Boah, super anstrengend. Also ich fand's auch sehr gut. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Oh, ja. Oh, ja. Wir spawnen. Ich steh in irgendjemanden drin. Ja, mir. Synapsen-Lotter der Außenseiter. Ehh? Ach, geil. Na, gut. Spiel verlassen. Jupp. Bis dahin. Bis dahin. Chuuu! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020